Guten Abend, sehr geehrtes Publikum, sehr geehrte Stadtkapelle. Ich kann Ihnen sagen, Sie sehen von unten sehr beeindruckend aus. Ich kann Ihnen sagen, Sie sehen von oben sehr beeindruckend aus. Stuhlkonzert, was für eine fulminante erste Halbzeit. Ich mache Sie mir hier ein Striegelkompliment. Ich gebe bestimmte Besonderheiten. Kurz vor der Pause machen wir traditionell die Ehren. Ich mache die für die Stadtkapelle Ehren sozusagen. Als Vorstandsmitglied, als Bürgermeister. Ich komme dieser Angenehm-Fiechgern nach. Und darf 2012 für 2 x 20 Jahre ehren. Ich mache es kurz. Ich mache praktisch die Vorkruppe von Georg Meier. Komm zu Hochermeyer. Kommen Sie ins Licht. Er hat nachher die dicken Fische. Die großen Hirsche. Ich darf zugewinnen. Daniela Trotter und Sibylle Schlenker. Ich bin jetzt geneigt, den Walter Wähler-Rent zu zitieren. Er hat gerade seit dem Wünsche viel Aufmerksamkeit. Für die Ehrung. Daniela Trotter. 20 Jahre Stadtkapelle ist seit 1982 aktive Musikerin. In der Stadtkapelle. Spielt die erste Klarinette. Wir haben sie auch schon oft mit Soli gehört. Und sie war von 2009 bis 2011 Jugendwartin. Ich danke, denke ich auch im Namen des Publikums, für den Musikgenuss in der Vergangenheit. Durch die Klarinette mit Soli. Ich danke für das Engagement bei der Jugendarbeit. Jetzt muss man die Feuerwehr, der wusste. Urkunde in Anerkennung für langjährige Treue zur Stadtkapelle. Kenzinger Daniela Trotter für 20 Jahre. Aktive Mitgliedschaft. Diese Urkunde verlieren Kenzinger. Den 17. November 2012. Und zwölf. Das sind immer noch jetzt die Zutaten zum Getränk des Jahres, zum Logo. Wissen alle, was drin ist? Sibylle Schlenker. Ebenfalls 20 Jahre Stadtkapelle. Aktive Musikerin. Von 75 bis 94. Dann eine kleine Erdenauszeit. 16 Jahre. Das Comeback des Jahres im Jahr 2012 quasi absolviert. Damit in 20 Jahren vollgemacht. Danke für die wiedererbüte Treue zur Stadtkapelle. Ebenfalls die Urkunde, Frau Stinke. Ebenfalls für die Art des Hochpartners. Und für die Beide dabei zu sein. Das auch fest zu stärken. Zum guten Miteinander beizutragen. Und übergebe jetzt den Herrn Georg Mayer, stellvertretenden von 35. des südbaltischen und leistenden Musik Oberbaltischen. Gut. Gut, meinst du? Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Musikfreunde, liebe Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle, kennen Sie. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Einladung zu Ihrem heutigen Konzertabend. Ich bin gerne gekommen, um die Ehrung für fünf langjährig aktive Mitglieder durch den Oberbaltischen Blasmusikverband durchzuführen und einen schönen, wunderschönen Konzertabend mitzuerlernen. Herzliche Grüße unseres Präsidenten, Dr. Harald Bobbitt, darf ich Ihnen übermitteln. Herr Bobbitt wünscht dem Konzert und der Veranstaltung einen guten, erfolgreichen Verlauf. Ich darf mir noch ganz herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadtkapelle Kenzing bedanken. Bevor ich die Ehrung durchführen werde, möchte ich der Stadtkapelle Kenzing zu ihrer hervorragenden Jugendarbeit ganz herzlich gratulieren. Wie ich hier aus dem Programm entleden konnte und bereits hören konnten wir ja, ist das Jugendblaserfest ein fester Bestandteil in ihrem heutigen Konzertgeweg mit ihrem Dirigenten Franz Schindler. Nun darf ich die Ehrung für langjährige aktive Musiker in ihren Reihen überführen. Es sind also, ich habe zusammengerannt, genau 195 Jahre, die ich heute also ehren kann. und ich fange also an mit dem, der noch an jüngsten von den Jahren dabei ist, für 25-jährige Aktivität erhält die Urkunde des Oberbatschen Blasmusikverbandes und die silberne Ehrenadel des Bundesdeutscher Blasmusikverbände das aktive Mitglied der Jörg Engler an der Trompete. Für über 40-jährige aktive Tätigkeit, ein Moment, ich muss noch was beitragen, ich habe da noch einen Steckbrief drin und muss noch sagen, der Herr Jörg Engler seit 1987 spielt der Trompete in der Stadtkapelle, seit 2003 ist er der Herrscher über die Instrumente der Stadtkapelle. Jörg Engler ist bei allen Veranstaltungen eine wichtige Stütze, was den Auf- und Abbau betrifft. Für über 40-jährige aktive Tätigkeit erhalten die Urkunde und die goldene Ehrenadel des Bundesdeutscher Blasmusikverbände die aktiven Mitglieder, Herr Werner de Rosi, am Gelohrhorn. Applaus Werner de Rosi, seit 1999 spielt der Tätigkeit in der Stadtkapelle, zuvor aktiver Musiker im Musikverein Freiamt, seit 1972. Seit 2009 ist er für die Finanzen der Jugend zuständig. Applaus Applaus Der Herr Heimo Weizmann am Tenorsachsensee Applaus 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 Ebenfalls 40 Jahre Herr Weizmann Herr Weizmann Seit 1997 spielt der Tenorsachsensee von in der Stadtkapelle zuvor aktiver Musiker im Musikverein Könntrich Eine der wichtigsten Spitzen in der Kapelle wenn es um den guten Sound geht Applaus Dann habe ich noch zu Ehren den Herrn Walter Villarrett an der Tuba Applaus Applaus Herr Walter Villarrett seit 1972 aktiver Musiker in der Stadtkapelle er spielte Tenorhorn bevor er an die Tuba wechselte Er begleitete in seiner aktiven Laufbahn folgende Vorstandsposten sechs Jahre Jugendwart vier Jahre Erdner Vorsitzender vier Jahre Treffner und sechs Jahre Schriftführer das bedeutet nach Adam Riesel er hat die halbe Laufbahn aktive Vorstandsarbeit geleistet seit mehreren Jahren ist er als Charmant oder Rator was man ja heute Abend wieder hören kann im Konzert nicht mehr wegzudenken Applaus Applaus Und dann gibt es noch eine etwas seltene Ehrung für über 50-jährige aktive Mitgliedschaft erhält die Urkunde und die große goldene Ehrennadel des Bundesdeutscher Blasmusikverbände das aktive Mitglied Herr Karl-Heinz Zeiser am Essen Applaus Applaus Seit 1962 aktiver Musiker in seiner Stadtkapelle Er spielt und spielte schon immer sein S-Horn Zehn Jahre Notenwart und seit über zehn Jahren Leidenschaft der Akronisten Jeder andere vor allem wäre dankbar so einen Akronisten in seiner Reihe zu haben Applaus Applaus So, ich darf nun es sind ja schon alle hier auf der Bühne die Herren ich darf natürlich auch noch von meiner Seite aus den zwei Damen die über für 20 Jahre geehrt worden von Herrn Bürgermeister guter Jahren darf ich meinen Glückwunsch aussprechen weiter dabei zu bleiben und dann eben die 25, 40 oder 50-jährige Ehrung zu erhalten So, ich darf nun beginnen mit dem Herrn Jörg Engler der Oberbadische Blasmusikverband Preisberüfer verleiht Herrn Jörg Engler Stadtkapelle Enzing in Würdigung seiner 25-jährigen aktiven Tätigkeit im Dienste der deutschen Blasmusik diese Urkunde mit dem silbernen Ehrenseil des Bundesdeutscher Blasmusikverbände e.V. Freiburg den 17. November 2012 Dr. Harald Bubbe Präsident Applaus So, dann kommen die 40-Jährigen Applaus Ich darf beginnen mit dem Herrn Werner der Ossi der Bund Deutscher Blasmusikverbände e.V. verleiht Herrn Werner der Ossi Stadtkapelle Enzing die goldene Ehrenadel für 40-jährige aktive Mittätigkeit im Dienste der Blasmusik Staufen im Preskau den 17. November 2012 Helmut Rau Präsident Applaus Applaus Derselbe Text natürlich dann über Herr Heimo Weizmann darf ihm auch die goldene Ehrenadel und die vorbundet Applaus 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 So, jetzt haben wir auch noch den Karl-Heinz Zeiser. Er steht an der Geselltenurkunde Bund Deutscher Blasmusikverbände e.V. verleiht Herrn Karl-Heinz Zeiser Stadtkapelle Kenzing, die große Goldene Ehrenade für 50-jährige Aktivitäten im Dienste der Blasmusik, Staufen, 17. November 2012, Fehmunderhau, Präsident. In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, neben Beruf und Familie einem Verein über die vielen Jahre die Treue zu halten. Ich denke, solche Aktive ein großes Vorbild für die Jugendlichen in ihrem Verein sind. Die Stadtkapelle Kenzingen darf meinen Glückwunsch aussprechen, solche aktiven und flichtbewussten Musiker in ihren Reihen zu halten. Dem Verein mit ihrem Vorsitzenden, Herrn Lothar Schnell, und ihrem Dirigenten, Stadtmusikdirektor, Herrn Rudolf Heider, wünsche ich noch weiter einen guten, gelungenen Konzertabend und für die Zukunft viel Erfolg. Allen Konzertbesuchern wünsche ich noch ein paar schöne unterhaltsame Stunden bei der Stadtkapelle Kenzingen. Vielen Dank. Vielen Dank.